Ich muss da lang. Da sind einfach überall Wölfe, Leute. Du hast... Zerstörung hat sich hier von 39 Punkte verbessert. Ich habe den Boden getroffen. Er hat uns leider einmal erwischt. Zum Glück haben wir keine Krankheit erhalten. So. So. Wir sind angekommen. Ihr riskiert euren Hals, wenn ihr hier herkommt. So, bei der Wache lernen wir wahrscheinlich nichts. Ah, willkommen. Was wünscht ihr von mir? Paladin Kaderes. Wir gehen mal kurz uns umsehen. Ich glaube, hier oben war ja sonst niemand. Genau, hier war sonst... Oder ist sonst niemand. So. Okay. Da. Was wünscht ihr von mir? So. Befehle. Grundgütiger. Ihr habt den Dämonenlord also völlig allein zur Strecke gebracht? Natürlich, du hast mich auch völlig allein auf die Mission geschickt. Habe ich mich in euch doch nicht getäuscht. Manorath wird euch nun für wichtigere Dinge einsetzen als Botengänge. Das werde ich ihm persönlich ausrichten. Ich gebe euch Gold sowie Heil- und Magietränke. Magietränke. Kehrt nun zurück zum Manorath, um weitere Befehle zu erhalten. 300 Goldstücke erhalten, 5 exklusive Magietränke und 5 verfeinerte Genesungstränke. Okay. Magie festzicken und Lebensenergie wiederherstellen. So, das ist ja glaube ich unsere Hütte. Genau. Habe ich da eigentlich noch irgendwas drin? Leder, Fleisch. Ich habe hier auch so viel Fleisch, Leute. Irgendwas möchte ich mitnehmen. Irgendwas, was 0,1 wiegt. Hier die Feuersalze nehme ich mit. 10.0. Bei dem geht nichts. Wer ist da? Lebt wohl. So, Olivers Haus. Such euch eine Wache und hört auf mich zu belästigen. Bei dem geht auch nichts. Das hier ist Taverne. Du bist eine Wache. Wie wunderbar. Es gibt hier schon Touristen. Bei dir würde er handeln gehen. Aber die hat nichts zum Reparieren. Was anderes brauchen wir eigentlich gar nicht. Die Suche nach einem neuen Ausbilder oder Magiehändler. Zauberhändler. Und hier ist niemand. Okay. Gehen wir da als nächstes rein. Magische Artefakte. Das hört sich doch schon mal gut an. Gerla. Bei der können wir handeln. Wir können doch sicher. Ja. Okay. Das Öffnen brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Sehenfalle würde ich mir genau aufheben. Eischaden und Lähmung. Könnte gut sein. Na. Weg damit. Gestärkter Gefährte. Weg damit. Weg damit. Was war eigentlich das hier. Das war auf Ziel. Okay. Auf Ziel hebe ich mir auf. Die hat 6000. Warum haben wir Magiehändler so 6000 und sowas. Und die Normalenhändler immer nur so ein paar hundert. Vielleicht mal 1000 oder 2000, wenn wir Glück haben. Magie senken. So. Blitzschaden. Und nochmal Blitzschaden. Naja. Okay. Leute. 977. Würde ich gerne verkaufen. Wir sind bei. Bei 1,2. Cool. Das sind dann 1173. Muss ich jetzt wirklich die ganzen 100 Klicks machen. Da gab es doch irgendeinen Trick. Aber mir fällt er nicht mehr ein. Naja. Egal. Machen wir diese 100 Klicks. Jetzt muss ich doch 70 Klicks machen. Das ist doch 1173. Das ist doch 1173. Du wirst mir das bald annehmen. Ich bin mir sicher, dass du das bald annehmen wirst. Das ist doch 1173. Naja. Vielleicht auch nicht allzu bald. 1152 Leute. Nur 21 weniger als ich dachte. Damit haben wir jetzt 1566 Draken wieder. Geil. Aber das war es auch. Sonst hat sie jetzt nichts, was wir irgendwie bräuchten. Hat das Gebäude da keinen Eingang? Nein, hat es nicht. Gehen wir da rein. Das ist ja seltsam. Alexia. Ja. Das kaufen wir natürlich sofort, Leute. So, 37. Ich würde gerne auf 0,93 Prozent runter. Also, 93 Prozent runter. Das wären 34. Leider nicht. Dann könnten wir jetzt gleich wieder reparieren, Leute. Super. Was da nicht alles versteckt ist noch. So, du bist nur eine Wache. Sucht euch eine Wache. Wie wunderbar. Es gibt hier schon Touristen. Bei dir bekomme ich nichts. Bürgermeister Erlano. Haltet euch vom Ärger fern. Und ihr werdet nicht verletzt werden. Bei dir bekomme ich auch nichts. Schade. Sucht euch eine Wache. Und hört auf, mich zu belästigen. Ja. Ja. Bei dir geht auch nichts. Ja, bitte. Inat. Geht auch nichts. Der Ausstatter. Wunderbar. Es gibt hier schon Touristen. Ausbildung. Stumpfe Waffe. Blocken. Und Schmied, Leute. Super. So, handeln. Hat er jetzt so nichts für uns. Lebensmittel aller Art. Wenderung hat sich auf 36 Punkte verbessert. Wenderung hat sich auf 36 Punkte verbessert. Hm. Nein. Wie viel wiegen wir jetzt eigentlich? 113. Aber mit den ganzen Sachen. Okay, du bist doch nur eine normale Wache. Ja. Ausbildung. Leichte Rüstung. Leichte Rüstung bräuchte ich 1022. Und die habe ich nicht mehr. Aber ich möchte das zumindest versuchen, dass wir das machen können. Auch wenn es wahrscheinlich nicht geht, weil wir schon zu stark sind bei leichte Rüstung. Was hätten wir denn bei Intelligenz reduziert, Leute? Na toll. 83 schon. Aber ich glaube, wir haben jetzt alles durch. Ja, genau. Ja, genau. Wir haben hier alles durch. Also nur noch sie. Nur noch bei ihr ausbilden. Und da brauchen wir 1500 oder so. Brauchen wir. Okay. Das möchte ich speichern, Leute. Ich habe auch vergessen, unseren Sicherheitsspielstand zu übernehmen. Das mache ich jetzt. Wie ihr den Kopf schüttelt. Wir gehen jetzt zurück. Zuflucht der Gane. Nach, nach Gral. Muss ich irgendwas ablegen? Ja, ich hätte tatsächlich was zum Ablegen. Dann gehen wir jetzt erst nach Hause. Ein Pestwolf. Mist, da bin ich verrutscht gerade. Da liegt Fleisch, Leute. Nehmen wir mit. Da vorne ist immer noch das Reh. Da links ist immer noch der eine Typ. Können wir eigentlich bei dem irgendwas lernen? Wie viele Pfeile habe ich? Oh, ich habe ja noch genügend Pfeile. Sehr schön. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Bitte, fasst euch kurz. Ja, das sehe ich. Wie du jeden Tag auf der gleichen Sitzstelle bist, wartest und ein wenig herumgehst. So, gehen wir nach Hause, Leute. Ist er tot? Ja, ist tot. Ja, ist tot. Super. Hoffentlich das nächste Mal ein Reh oder Hase. Ja, ich bin ein Reh. Sehr schön. Weg mit den winzigen Höllendrakien, Leute. Mist. Ich werde von zwei Stellen bombardiert, Leute. Wo ist der da? Da. Hier irgendwie gefällt mir das gerade gar nicht. Äh? Es waren drei Stellen, Leute. Nein, es waren doch nur zwei. Der eine hat überlebt irgendwie. Also wirklich. Und da vorne ist gleich der nächste. Ein bisschen aus dem Wald raus. Leute, hoffentlich spawnen. Ich glaube, in dem Wald spawnen nur Höllendrakens. Keine Hasen und sowas. Können wir eigentlich bei denen irgendwas lernen? Ja. Tatsache, ja. Stumpfe Waffe. Blocken. Mittlere Rüstung. Haben wir die auch durch, Leute? Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Ich spiele schon seit einer halben Stunde, Leute. Und ich habe ja noch nichts gemacht. Eigentlich außer eine Quest abzugeben. Und ein bisschen herumzulaufen in dieser Welt. So. Ich glaube, wir gehen ab sofort immer den direkten Weg, Leute. Der direkte Weg ist trotz der Wölfe schneller als indirekte. Wirvention wir gehen 8-® городher-höriger